Ja, moin Leute, ich bin's TegaW und ja, wir haben ja einen neuen Kanal-Trailer aufgenommen und da haben wir aber ziemlich lange für gebraucht, um das endlich mal gescheit hinzubekommen und dabei sind auch eine ganze Menge Outtakes bei rausgekommen und das ist echt lustig geworden, deshalb könnt ihr die jetzt hier in diesem Video alle mal anschauen ist echt lustig geworden und ja, das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, ist einfach ein bisschen Survival Games of the Hive und ja, wenn ihr den Kanal-Trailer noch nicht gesehen habt, den werde ich euch am Ende von dem Video auch nochmal verlinken und ja, habt Spaß bei den Outtakes, so ein roter Button ist, ne? Den müsst ihr aber nicht drücken. Genau, müsst ihr nicht, das ist eh... Der ist unwichtig, es geht einfach nur um den Spaß. Ja, den braucht keiner diesen Knopf, also... Nein, also, macht das ja nicht, ne? Sonst fliegt alles nie Luft, wenn ihr den roten Knopf drückt, ne? Das kennt man ja. Ja, aber bei ihm, also bei mir nicht. Na klar! Na, nur bei dir. Okay, es ist gut zu wissen, also, wer ihr klickt, wer ihr klickt, jetzt diesen Button da. Ja, super! Aber nicht aufsagt, wenn ich will nicht überlegt, ganz voll. Typisch! Tegare! Kann ich? Weiß ich nicht, ob du das kannst. Nein, 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 warte, ich hab's wieder vergessen, nein, warte, warte. Oh Gott! Ich... Nicht... Ja, okay, jetzt, 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 ja, ist ja gut. Marina! Ach, lächel mich doch am Arsch. Oh, Mann, schrecklich. kommt jetzt. Taien! Ich eff Egst... Nein, du bist zuvater Arsch. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal in Multiplayer. Gau guau guau Cha-ch-cha-ch-cha-cha-chin-cha-cha-cha Ja, ja! Ha-cha-cha Ja! Okay, jetzt aber wirklich. David. Hallo, David. nicht User in your channel time down sich verarschen es habe ich wieder vergessen was sagen wollte drei ja mach doch hin Hallo und herzlich willkommen warum hast du mich da kann es ernst bleiben ja nicht lachen oh mein gott geht's ja ich hoffe es sie sind wer hat Prozent ein Schnell die woher der das ja ja ich habe mich auch lieb nicht lachen nicht mehr ich bin jetzt ernst also los macht Du kannst ja auch Pokerfax, hm. Oh ne, ey. Gibt's doch gar nicht. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Multiplayer. Ja, und jetzt... Na, ich glaub wir müssen kurz warten. Und kurz irgendwas anderes machen. Man hört es förmlich, diese Gedanken. Boah, sind die Laute. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ich die Knister, Knister, Knister. Genau. Jetzt bedenken wir das mal ganz in Ruhe hier. Los, denk. Ich hör dich nicht, denk jetzt. Boah, ey. Was ist jetzt wieder mit dem los, ey? Schrecklich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist einfach so über ihn gekommen. Boah, ey. Boah, ey. Oh, nein. Der war so unlustig. Nein. Hör auf zu sagen, das ist immer unlustig. Manchmal, wenn ich einsam bin, dann wähle ich die Echo Sound-Test-Service von Skype und rede mit ihr. Boah, hast doch sonst keinen zum Reden, ne? Es gibt's nicht. Wenn er reden soll, kann er nicht reden und jetzt führt er Selbstgespräche. Schrecklich. Ja, hallo, Skype-Test-Service, hallo. Ja, hallo, Echo, nee, David, ja, hallo. Ja, ich bin, hallo, hallo, ich hab dich ganz lieb. Ja, hallo, ja, das ist ja schön. Ja, hallo, hier Skype. Ruf mich an. Warum sind nicht unlustige Sachen lustig? Warte nicht, ich katier das nicht. Wer kennt das? Wer kennt das? Ruf mich an. Da, ich mit's, oder? Ja. Esst mich auf. Ja, esst mich auf, ja. Also, die sollten Mofa nachmachen, ne? Und dann macht die rüm-düm-düm-düm-düm-düm. Wie bitte? Also, jetzt gehen wir die Sache mal ganz ruhig an. Von vorn. Hey, 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 du, ja, du, du vor dem Bildschirm. Komm mal her. Ja, komm her. Genau, hast du schon von dem neuen Kanal gehört? Multiplayer, das scheint echt zu gut zu sein. An deiner Stelle würde ich mir reinschauen. Moment, du bist... ...dauf dem Kanal. Ja, ist das ein Zufall? Findest du das nicht auch Tüger will? Ja, und wie? Ja, und wenn er dann nicht mehr so schmastisch redet, können wir auch gut weitermachen. Ja, das ist ja schön, dann können wir ja endlich anfangen. Fuck, du Hörer, mein Panda! Ja, ich hab geschafft, nicht über was Unnustiges zu lachen. Yeah! Hast du gehört? Nope. Nee, no, was? Nope. Also, ich feier das Lied hier ja. Hat sich super angehört, dieses... Hey, ich bin... 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 What did you say? Do you say this to me? Was mach ich denn da? Haha, halt deine Schnauze! Wer, ich? Nein, mein iPod! Hahaha. Hat das gesagt, das kommt dann plötzlich so... Buh, buh, haha. Okay, hier, das hier. Hahaha. Das hat einfach mal so Hammer gepasst. Nein, sag das nicht, das ist doch langweilig. Komm, bisschen kreativer, Junge. Ist doch schon gar nicht so schlecht, also so vom Grundgedanken so, so, von her. Verstehst du mich? Was willst du eigentlich? Halt dein Schnauze jetzt. Ja, und da du da bist, kannst du dich ja auch ein bisschen mehr hier umgucken. Du hast ja Augen hier in deinem Kopf, hoffe ich jedenfalls. Sonst wirst du, glaub ich, wärst du, glaub ich, nicht hier, ne? Ja, aber wehe, du drückst, wenn ich sagst, nee, 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 das gibt so wat von den Po voll. Ja, ich nehme auf, falls du das wissen willst. Hey, TGW. 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 Lache jetzt 0,0 Prozent, denn alles ist eine ernste Sache und ich bin hundertprozentig ernst. Ja, komm mal her, hier, guck der mal hier. Wir haben ja was cooles, wir haben ja hier. Ja, aber hier. In der Rolle bleibt, komm. Ja, okay, na, ja, ich bin ja, ich bin ja in der Rolle TGW und TGW ist so ernst, der Lacht, nie, nein. Hm. 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 Ja, wozu habe ich eine Schere und kann schneiden? Ja, wozu habe ich eine Schere und kann schneiden? Ja, darüber wollen wir jetzt nicht reden, wir über diesen extrem schlechten. Und wundert mich, dass ich nicht gelacht habe, so schlecht war. Geht, der war wirklich schlecht, ja, das ist es sollte euch eigentlich der Lärmste, sollte auch eigentlich gar nicht sein. Boca, ja, das ist es so. Boca. Ja, weißt du, wie man Sex mit Gespenstern nennt? David? Hake. Wie bitte? Boca. Wie bitte? Ja, na klar. Ja, na klar. Deshalb lache ich ja auch. Wegen Boca. Ja, deshalb lache ich ja auch. hab ich kapiert das so lustig er hat dadurch bleibe ich den ganzen Tag cool Ehen sie sind allein nicht wird über 5 irgendwann siehst du dir eine Leyen das ziehe ich eine schlug im Sommer Köln klar natürlich ja 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 klar ja ich feier das für Staubsauger cool down D ich kann die Schwerer um die ich war nur an mir hier mehr ja ich gibt es das abgestimmt ja wir haben was auch cooles für dich brauchst du Stoff nicht er hat das musst du sein oh ne ey links 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 geradeaus ja ja ne links nein rechts 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 das andere rechts ja ok jetzt einfach gerade dreh dich doch nicht immer links du läufst grad gegen die Wand ok jetzt geradeaus einfach gerade mann links ich bin die Kartoffel gewesen ich bin tot hoffentlich kommt nicht launch nein es ist launch so jetzt mal ganz ruhig ja wir sehen jetzt alles ruhig du bist schon tot ich bin immer noch zurück jetzt wird der david wieder weg gehämmert